So Da ich meiner Rüstung nicht ganz vertraue, wechse ich meinem die Rüstung Ah, ich hab zweimal diese Eisendrüstung noch So gehen wir sie wieder runter? Ja ja klar, wollte ich eigentlich Yolomoda Dodo Was ist los mit dir? Ja, tschüss Oh yeah, jump Oh, hier ist schon wieder spinn Hier ist schon wieder spinn, deine Mutter, man Deine, gah Wie meine Hose, Sackspinne Ähm, wir haben keine Fackeln, ne? Doch, ich hab 36 Ja toll, reichen nicht Dann gib mir die Hälfte Echt? Minispinne Ne, ich hab hier ne Hand, alles klar Keine Mh Mh Jeppet Aya Alles höher, Jeppet Aya Mh Ja, was du weh'n so wirst Du bist über Ekelhaften Äh, hast, uaah, Ekelhaften Hab das Zepp? Hab das Skelett Beine nicht auf dem Wasser gespielt Ja, deswegen kriegt's auch Schaden, weil's an der Decke klebt Uranium, oh, ich glaub das bringen wir lieber weg Oh, oh, ich muss ich Ah, ich muss niesen Mach's doch Hallo? Hallo? Ja? Was war denn da? Gefühlt, dass ein Kilometer von dem Koffer weg ist, oder wie? Hört sich nur dran Oder ist es auch wieder Ja, das kommt gleich wieder Oh, dass es zu laut gewesen ist, wieder In den Garten Alles gut, Spiel Centros, brauchst du noch Öfen? Ja, klar Wie viele brauchen wir denn? Äh, warte kurz Ich guck Ähm Brauchen... Ich hätt ne Fackel in der Hand Brauchen dafür 20 Stück Okay, ich bau die eben ab Jo Oh, ich spiel das Ist das witzig oder? Der ist wieder hart am klicken, ey Ja, wie immer, kennst du ihn mal Mini-Zongie Ob dir das leid tut, hallo? Ich bin das leid Na Äh, ich hab da mit Maxis Was brauchen wir denn da? Lithium Sodium Und wie brauch ich jetzt noch? Fünf, okay Okay Warum sind die so für den Blöck? Ich weiß, dass ich das nicht wieder erklären Boom Boom Wo ist die Quest? Quest? Ja, da Machst du, ne? Äh Oh, geil Healed Cherry Wow Healed Cherry Und ne Creator Leadstone Energy Cell Harden Glas Und ne Rüstung Oh, cool Was man immer gut gebrauchen kann Wenn ich sterbe, ne, dann fehlen ganz viele Sachen Schon wieder 20, ähm, Kohl Blöcke Ich hab ne komplette neue Rüstung wieder Okay WTF? Ne WTF ist nicht da Ne Sag Centus auch immer zu mir Das wird sich immer anders WTF einfach steigern WTF, ne? Äh, du hast keinen Helm mehr, ne? Und der hat gesagt Ja, tut mir leid Ich bin eure Farmschlampe Hier, guck mal hier Zieh mal diese Rüstung an Das ist ne neue Dann gib mir deine alte Dann bauen wir die mit meiner alten zusammen Da hinten sind noch Spinnen Da hinten sind noch Spinnen Oh, wir müssen das mal durch Und das Tier Ach so Oh Ich hab keine Lust mehr Dass da irgendwo immer noch ein Viecher draufkommt Irgendwie nicht so Oh, 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 oh Ja, reicht jetzt Stimmt, kriegen wir jetzt den Kampf angesagt Nimmst du erst hier lang Nimmst du erst hier lang Nimm den Arsch voll, ne? Von dir Dann wieder hier lang Dann ist böse Spinnen Wow, fette Böse Spinnen Ähm Ja, die sind wieder Ist jeder teuer, Spinnen Liga, Alter Alter, Alter, Alter Cheat noch, cheat noch, cheat noch Cheat noch, cheat noch Cheat noch Kommen die auf einmal so viel her Ja, und die spawnen Hier, du bist gleich tot, ne? Ich bin nicht tot Ich hab noch gemacht Ich bin nicht tot Ich hab noch gemacht Ich hab noch gemacht Ich hab jetzt erst Hälfte Äh, hab ich auch Ich muss rame Ich muss rame Ja, ich auch Ich weiß F6 von den Münzen Coinstürmen Brauch ich noch Einen hab ich, glaub ich Im Inventar Ja Doch Jeder hat ja auch Einen Inventar Was? Von den Coinstürmen Da Ey, das ist gut Wie kommen die alle her Schon wieder? Also nicht Warte mal, ich mach mal hier vorne alles zu Alter Siehst du? Deswegen Kille 5 Schweine Kille 5 Kühe Ja, die nicht Nicht töten, ohne dass wir welche Boah, Alter Wild, die mich rollen Nee Flash Wunder scheinens So Und hier ne Fackeln sitzen So Ja, ich muss erst recken Ich hab Ich muss erst recken Hm 3,5 hab ich noch 3,5 hab ich noch Wohl 10 Alter Wo kommt denn jetzt auf einmal Zombie her Oh, Eisenbarren Hat er gelockt Kremeln und Koko beans Ja Weiß ich nicht Kommt, kommt Ich bin bereit Verschlegerungen Dann machen wir den Weg hier eben Auf den Pass auf, nächster Hattest du eigentlich Fackeln hergestellt hättest du? Was? Ja Hattest du die Fackeln hergestellt Hätt sie nie Weg, 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 weg Zurgk, drugg, 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 drugg rugg, drugg, drugg, rugg, rugg, rugg da war das ding das skelett da ich muss erst reichen auf dem boden gucken vielleicht hat der sollte immer boxen nicht 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 ich wollte die ganze zeit schlagen weil er kann mir nichts an du komm hier drunter der kann ich da verschlagen deswegen bin ich da drunter gegangen aus fünf prozent also aus braun der wolle kriegt man fünf prozent mit pulverweiser kokobin zu das leben gar nicht die ja wir müssen hier drunter bleiben dann kann auch nichts an haben alter man ist im krach warte mach ich muss haben die sounds so dass beim inner man die sind immer noch zu laut der küper to me okay einer dauern Der hat kein Schwert mehr, das ist ein Problem. Keins mehr? Ja. Lass mal wieder hochgehen. Nee, 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 ich hab noch eins. Ich kann doch zwei geben. Bei Aufnahmen geht nicht vorbei, ich muss noch eins öffnen. Ich muss eh noch mal hoch, ich muss den 4-3 essen. Äh, ich kann ja elf Melonen geben. Hier. Melonen? Was ist los mit dir? Äh, ich hab ne Stunde voll. Ich auch. Ja, reicht. Aber ne Stunde können wir noch machen. Ist das schon jetzt? Nee. Das ist vielleicht schon mal wieder. Sorry. Ja, ne. Ja, und dann hast du für die nächste Woche auch schon mal gerendert. Aber nicht so viel zu rendern. Können auch nur ne halbe Stunde noch dazu machen. Okay, machen wir noch ne halbe Stunde. Vielleicht hat eh doppelt so viel dann wieder. Alter. Alter. Aua, wer boxt mich denn? Das gehört da hinten drücken. Was kannst du nicht? Ich kann mich nicht so schnell erinnern. Also ich hab, ich weiß nicht mehr erinnern kann. Ja, musst du doch nicht. Wir teilen das so auf jetzt gerade. Na, ich meine wie ich dann. Mit dem Rendering. Okay, down. Sollen wir erst einen kurzen Cut machen hier? Was? Ach komm, wir lassen ihn durchlaufen jetzt. Alter, eine halbe Stunde schafft OBS und sowas. Schafft er auch. Warte mal. Was soll ich jetzt machen, Dede? Ich mach erstmal hier zu. Pass mal hier. Ja, pass auf, das ist der Enderman nicht, ne? Was ist das eigentlich? Skelett. Oh, ich hab nur noch ein Schwert. Horsi-Skelett. B. B.